Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Quailol.de Ja, heute spielen wir wieder Township, würde ich sagen. War jetzt auch schon ein paar Tage nicht mein Township online. Müssen wir mal gucken. Erstmal natürlich wieder direkt am Anfang ernten. Was brauchen wir denn? Das Lager. Mal gucken, was uns fehlt. Wir brauchen Weizen. Dann haben wir noch ein Geschenk vom Herrn Ernie. Was haben wir denn jetzt bekommen? Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Lass mal wieder ein bisschen kleiner machen, dass ich alles sehe. Dann können wir die Milch direkt holen. Oh, wir brauchen Kuhfutter. Das haben wir hergestellt. Eins nur, das ist zu wenig. Dann müssen wir warten, bis Weizen fertig ist. Aber wir können schon mal drei Kühe damit füttern. Brot. Haben wir drei hergestellt. Aber da fehlt uns auch das Weizen. Ein Gebäude ist fertig geworden. Das ist die neue Stufe. Belohnung. 250 Gold. Ein Schein. Neu. Hühnerstahl. Cookie. Sieht aus wie eine Schule. Keine Ahnung, was das ist für eine Platte. Drei Hühnerfutter und ein Haus. Perfekt. Ach, wir können ja jetzt... Wie soll ich die Stimme machen? Hallo, ich bin Bob, der Stationsvorsteher. Komm doch bitte mal zum Bahnhof. Alles klar, wir klicken auf den Bahnhof. Der Zug liefert Materialien für den Bau von Gemeinschaftsgebäuden natürlich nur im Tausch gegen Güter. Okay, tippe einen Waggon an und belade ihn mit Gütern. Das machen wir doch direkt. Laden. Brot. Laden. Perfekt. Das passiert jetzt. Nun müssen wir nur noch warten, bis der Zug zurückkommt. Oder wir beschleunigen das Ganze. Keine Sorge, diesmal ist es gratis. Ach, gratis ist immer gut. Dann holen wir mal den Zug zurück. Ich hoffe, man hört meinen Fernseher nicht, sonst mache ich den ein bisschen leiser nächstes Mal. Und hier sind unsere Materialien. Streich mit dem Finger darüber, um sie einzusammeln. Das machen wir doch direkt. Perfekt. Wunderbar. Belade weiter die Züge und erhalte mehr Baumaterialien. Du wirst sie für zukünftige Bauvorhaben brauchen. Eigentlich brauchen wir Weizen, aber... Ja... Egal. Ähm... Dann haben wir noch ein Haus gebaut. Dann kümmern wir uns schnell ums Weizen. Mh... Wir machen gleich den Typen da links. Dann stellen wir kurz Kuhfutter her. Kuhfutter. Kuhfutter. Und... Ja, ein Hühnerfutter machen wir auch noch. Ähm... Äh... Was brauchen wir denn jetzt? Ähm... Die Molkerei schläft gerade sozusagen. Dann stellen wir mal Sahne her. Mh... Dann schicken wir noch den Hubschrauber los. Was will denn der haben? Hey, ich bin hier, um zu sehen, warum meine Passagiere alle so von deinem Gütern schwärmen. Vielleicht kaufe ich sogar etwas. Dann senden wir ihm noch das Zeug. Perfekt. 46 XP und 17 Gold. Perfekt. Mh... Mh... Ok... 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 Ok...